Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den Support Vector Machines. Heute geht es um die Lagrange Methode. Okay, das ist die Lagrange Funktion, die sieht mega hässlich aus, ich weiß. Aber man sagt, bzw. der liebe Herr Lagrange sagt, dass es äquivalent ist, diese Gleichung zu lösen, als wenn wir diese Gleichung lösen wollen. Die hier ist zwar schnucklig, klein und süß, aber diese monströse Gleichung lässt sich besser lösen. Beziehungsweise nicht diese Gleichung lösen, sondern hier einen Sattelpunkt zu berechnen. Also den Sattelpunkt von dieser Gleichung zu berechnen, liefert uns Gewichte W und B, sodass diese Gleichung hier erfüllt wird. Dieses W hier ist dasselbe wie drüben, dasselbe X, dasselbe B. Alles dasselbe und deswegen wollen wir das unbedingt machen. Das heißt, das ist unsere Methode oder unsere Funktion, mit der wir trainieren wollen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist dieses 1,5 W Quadrat? Naja, 1,5 ist ein Faktor, Quadrat kennt ihr auch, wie es funktioniert. W ist tatsächlich dasselbe Gewicht wie hier vorne auch. Oder wie in der anderen Gleichung. Wie berechnet man jetzt dieses Betrag davon? Naja, das könnt ihr machen wie immer. Ihr nehmt einfach 1. Eintrag zum Quadrat plus 2. Eintrag zum Quadrat und dann am Ende die Summe über alle Einträge. Also so wie wir es schon immer gemacht haben eigentlich. Okay, jetzt steht hier so eine komische Summe. Die geht von i gleich 1 bis n. Wir haben n Trainingsdaten. Also das ist tatsächlich für die Trainingsdaten die Funktion. Was wir hier bekommen ist folgendes. Hier sollte ich vielleicht auch noch das XI reinschreiben. So, wir haben also für jeden einzelnen, für jedes einzelne Trainingsdatum, also wenn wir uns das nochmal angucken, das hier, der schwarze Punkt hier ist ein Trainingsdatum, der rote hier ist ein Trainingsdatum, der schwarze, der hier, der, 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 alles das sind Trainingsdaten. Das heißt, da iterieren wir jetzt drüber. Also wir nehmen uns alle Trainingsdaten, die wir irgendwie finden können, nehmen wir uns und verpassen jedem so einen sogenannten Lagrange-Multiplikator, das ist dieses Alpha I, auf das werde ich nachher zu sprechen kommen, mal YI ist das Ergebnis der Klasse, also tatsächlich ob es ein Fisch ist zum Beispiel oder ob es keiner ist, wie wir das auch immer machen wollen, mal W ist dasselbe Gewicht wie hier drüben, mal XI. Achtung, XI bezeichnet jetzt hier in dem Fall nicht das ITE-Attribut von X, also von unseren Daten, sondern es bezeichnet wieder mal das ITE-Trainingsbeispiel und das ist auch ein Vektor, mal W, liefert mir aber trotzdem eine Zahl, also W mal X, Vektor mal Vektor, erster Eintrag mal erster Eintrag plus zweiter Eintrag mal zweiter Eintrag und so weiter und so fort, liefert mir einfach auch wieder eine Zahl. Der Bias ist auch eine Zahl in unserer Gleichung drin, minus 1 ist auch eine Zahl. Super. So, jetzt heißt es von Lagrange, wir müssen diese Gleichung, beziehungsweise wir müssen einen Sattelpunkt dieser Gleichung berechnen. Wie machen wir das? Naja, Sattelpunkte berechnen sich, indem man die Funktion ableitet und die erste Ableitung muss zum Beispiel gleich 0 sein. Puh, ableiten ist anstrengend, weiß ich, aber machen wir jetzt trotzdem und zwar sogar zusammen. Ja, ich weiß, das ist krass, aber ich würde sagen, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Wir leiten erst mal nach, jetzt ist sogar wichtig, nach was für einer Variablen wir ableiten. Wir wollen erst mal nach W ableiten und dann nach B ableiten. Das ist sehr schwierig, deutlich auszusprechen, glaube ich. Aber zuerst das linkeste, also nach W. Ich schreibe es ja auch hin, dann sehe ich das E. Okay, und danach leiten wir nach B ab. Gut, also hier vorne, ihr wisst hoffentlich noch, bei Summen kann man einfach so ableiten. Alles kein Problem. Wir leiten also diesen Teil ab und wir leiten nachher jeden einzelnen Teil hier hinten in dieser Summe von I gleich 1 bis N ab, als wäre es tatsächlich unabhängig voneinander. Also der erste Eintrag, der zweite Eintrag, der dritte Eintrag, können wir alles unabhängig voneinander ableiten. So, also hier 1,5 W Quadrat. Naja, ihr wisst, 1,5 X Quadrat liefert mir die Ableitung X, also 1,5 W Quadrat liefert mir die Ableitung W. Okay, denn 1,5 mal 2 ist eben genau 1 und hier haben wir Betrag W. Okay, so, dann die Summe. Die Summe bleibt im Endeffekt einfach stehen und zwar auch wieder von I gleich 1 bis hin zu N. Gut, jetzt die Summe über was? Naja, Alpha I. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken und ausmultiplizieren, ich glaube, das schreiben wir tatsächlich auch mal so hin. Was würde denn passieren, wenn wir hier ausmultiplizieren würden? Wir würden statt Minus 1 hier hinten, wenn die Klammer jetzt mal weg wäre, würden wir Alpha I hier stehen haben und diese Klammer fällt dann weg. So, und jetzt haben wir hier noch zwei weitere Dinger hier drin. Übrigens, ich habe es glaube ich schon gesagt, XI bezeichnet hier tatsächlich nicht das I-T-Attribut, sondern wirklich das I-T-Trainings Beispiel. Ich habe leider nicht noch eine andere Möglichkeit, wie ich dieses I darstellen kann. Okay, wenn wir das jetzt ausmultiplizieren hier, dann kommt folgendes hin. Wir nehmen einfach dieses Alpha I mal YI und schreiben das einmal hier zu und einmal zu diesem B hier. Gut, und jetzt haben wir das Ganze übrigens alles in die Summe rein. Jetzt haben wir hier was relativ leichtes zum Ableiten, nämlich auch wieder nur einfach eine Summe. Also das hier ableiten, das hier ableiten und dieses Minus Alpha I ableiten. So, das sollen wir nach W ableiten, also nach diesem Ding hier. Hier haben wir kein W, hier haben wir kein W, easy. Das heißt, wir müssen nur uns diesen vorderen Teil angucken. Was passiert, wenn ich irgendwas, also 120.000 mal X ableite nach X? Na ja, dann fällt das X einfach weg. Das heißt, hier fällt das W einfach weg und am Ende steht noch da, wir haben Alpha I, also Alpha I mal YI, das ist das hier, mal XI. Also unser I-T-Trainings Beispiel sozusagen. So, und das ist die Ableitung, die soll jetzt für den Sattelpunkt gleich 0 sein. Und das ist auch schon alles, was wir hier haben. Gut, jetzt formuliere ich das direkt mal um, sodass wir die Ableitung hier nicht mehr stehen haben. Wenn diese Gleichung da steht, dann bedeutet das doch, dass ich damit auch rumschaukeln kann. Das heißt, ich kann, statt dass ich hier 0 schreibe, also gleich 0 schreibe, kann ich hier auch einfach W gleich das hier schreiben. Und das ist das Erste, was wir an Informationen bekommen. Das muss erfüllt sein. Das heißt, wir können W ganz einfach über unsere ganzen Trainingsdaten berechnen. Wir nehmen uns einfach die einzelnen Vektoren hier, multiplizieren Alpha I drauf, die werde ich euch noch erklären, was genau das ist, multiplizieren die Ergebnisse drauf und fertig sind wir. Super. Okay, schauen wir uns die zweite an, die zweite Ableitung, also nicht die zweite Ableitung, sondern die erste Ableitung nach B. Okay, also, ähm, Ableitung, oh, ich habe die neue Zeile vergessen. Die Ableitung über L, äh, von L über, ähm, partial, ich komme mit den ganzen Ausdrücken immer noch nicht ganz zurecht, über B, liefert mir eigentlich was relativ Simples. So, schauen wir uns den ersten Eintrag hier an. Ich lasse das hier oben übrigens mal so ausmultipliziert, ist ein bisschen einfacher vielleicht zum Ableiten dann. Okay, ein halb B Quadrat, da steht kein B drin, also kein das da, deswegen einfach weglassen, das fällt ja komplett weg. Wenn ich 120.000 nach X ableite, dann habe ich auch einfach nur 0, das heißt, das fällt weg. So, ähm, gut, dann steht hier Minus, die Summe von I gleich 1 mal wieder, ähm, nach N, wie jedes Mal, äh, Tonnen, genau, ja, da sollte vielleicht noch ein Leerzeichen rein. Gut, also von I gleich 1 bis N und jetzt leiten wir hier drin wieder mal alles ab. Das heißt, hier vorne, Alpha I mal Y, I mal W mal X, da ist kein B drin, das heißt, das fällt schon mal weg. Okay, Alpha I mal Y, I mal B, da ist ein B drin, aber ihr wisst ja, einfach irgendein Faktor vorne dran mal X, abgeleitet nach X, da fällt einfach das X weg. Das heißt, das passiert uns hier genauso wieder. Das bleibt stehen, ohne das Mal, Minus Alpha I, da ist auch wieder kein B, also fällt das auch weg. So, und jetzt wollen wir diese Gleichung hier auch gleich 0 setzen. Gut, dann schmeiße ich das hier mal wieder raus und jetzt dieses Minus hier vorne, das stört mich irgendwie, das will ich da nicht haben. Ich multipliziere einfach meine Gleichung auf beiden Seiten mal Minus 1 und dann kommt diese wunderschöne Gleichung bei raus. So, und diese Lagrange-Multiplikatoren, die werden auch noch weiterhin definiert, als dass sie alle größer gleich 0 sein müssen. Gut, das ist also die zweite Information, die wir hier bekommen, die Summe über alle Alpha I mal Y, I muss gleich 0 sein. Okay, die zweiten und dritten und so weiter Ableitungen kann ich mir eigentlich alle sparen, weil ihr seht, hier diese erste Ableitung war nur noch hier von B abhängig. Das heißt, da sind wir direkt fertig und hier haben wir sowieso kein B mehr drin, da sind wir auch direkt fertig. Das heißt, die spare ich mir einfach. Und ja, jetzt schauen wir uns mal diese Alphas an und zwar grafisch. Grafisch kann man sich die wunderbar anschauen, wie ich finde. Ja, so in etwa hätte ich das gerne. Okay, wir brauchen das Ganze ein bisschen größer, weil ich hier zu klein gezeichnet habe. Ich habe den Strich in der Mitte mal dicker gemacht und jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit einem dünneren Strich noch nebendran an. Okay, wir haben also das hier und das könnt ihr euch jetzt bitte im rechten Winkel vorstellen. Ich weiß, es ist nicht ganz einer, aber es soll einer sein. So, okay, wir haben also jetzt noch diese grüne Gleichung hier berechnet und wir haben uns jetzt einfach mal hier grafisch ein paar Punkte ausgesucht, die auf diesen komischen Dingern hier liegen. Das sind sogenannte Support Vektoren oder Stützvektoren auf Deutsch. Daher kommt übrigens der Name Support Vector Machine. Also dieser schwarze Punkt hier, der schwarze und der rote hier, das sind die Support Vektoren und das sind die einzigen Punkte, für die diese Alphas, also die ganzen Dinger hier, für die diese Alphas größer als Null sind. Für alle anderen sind sie gleich Null. Das heißt, der Punkt hier hat ein Alpha gleich Null, der hier hat ein Alpha gleich Null. Nur diese drei Punkte, die hier auf diesen gelben Linien liegen, die haben ein Alpha, das größer als Null ist. Und deswegen ist die Support Vector Machine so effizient. Unsere Funktion nachher, die wird nämlich sehr, sehr klein. Das heißt, wir haben eigentlich nicht viele Daten im Endeffekt, die wir dann am Ende benutzen zum Lernen. Aber die, die wir benutzen, die sind halt cool. Der Abstand von diesen Daten oder generell von dieser gelben Linie ist übrigens hier, also im rechten Winkel mal wieder, der ist übrigens 1 durch den Betrag von W. Was das jetzt alles heißt, ist folgendes. Wir können einfach unsere komplette Gleichung berechnen. Also, wir schauen uns nochmal die Gleichung an, die wir ursprünglich mal berechnen wollten, vor einer Weile schon. Diese Ws und die Bs sind jetzt das, was wir berechnen wollen. Zusätzlich kamen jetzt noch diese Alphas hinzu. So, ihr erinnert euch, das hier ist meine Klassenzugehörigkeit, also 0,1 oder sowas. Also links, rechts oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, ich kann hier einfach meine Alpha Is berechnen, denn insgesamt brauche ich ja hier eine Summe von 0. Das Problem ist hier natürlich immer noch, wir können diese Alpha Is nicht direkt berechnen. Das werden wir im nächsten Video machen. Wir könnten hier theoretisch jedes Alpha Is auf 0 setzen, das würde uns aber eine schlechte Klassifikation liefern. Deswegen schauen wir uns im nächsten Video das sogenannte duale Problem an. Oder Dual Problem oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Genau, aber nehmen wir mal an, wir haben diese Alpha Is berechnet. Dann können wir hier einfach hergehen und über meine Trainingswerte und diese Alpha Is mein W berechnen. Und dann sind wir schon fertig. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt nur noch diese Alpha Is. Wie berechnen wir die? Achtung, diese gleichen brauchen wir trotzdem. Nächstes Mal schauen wir uns dann das sogenannte duale Problem an. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.